Die UWG möchte auch die Bauern fördern. Wir haben den Vorschlag eines Bauerngasters. Was ist das? Ein Bauer hat eine Werkstatt, einer hat Urlaub am Bauernhof und der dritte kennt sich bei einer Homepage und bei Facebook aus. Stellen Sie sich vor, diese drei würden zusammenarbeiten, das würde schon einen Cluster bedeuten. Das würde einerseits die Abwanderung vom Hof verhindern und den Nebenerwerb nicht mehr notwendig machen. Und das ist das, was wir fördern wollen. Was den Tourismus betrifft, wollen wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren. Zum Beispiel die Hochzeitstadt. Weidhofen bietet alles, was für eine Hochzeit, für eine romantische Hochzeit notwendig ist. Um die Frequenz im Tourismus zu steigern, wäre die Idee, einen Campingplatz zu errichten, angedacht. Und warum eigentlich nicht? Ein Camping am Bauernhof. Und die UWG ist stolz, dass wir die Sportförderung in Weidhofen auf völlig neue Beine gestellt haben. Es gibt bereits Anfragen aus Österreich. Wie macht das Weidhofen?